Hat Paluten eine Freundin? Viele Leute fragen sich, ob Paluten eine Freundin hat. Paluten macht schon sehr lange YouTube und hatte vor ein paar Jahren schon mal gesagt, er hat keine Freundin. Aber das war vor ein paar Jahren und vor zwei Wochen hat er im Community-Tab auf seinem Kanal dieses Bild hier gezeigt. Dort sieht man zwei Hände und an der einen Hand ist ein Ring. Dazu hat Paluten einen Ring und ein verliebtes Smiley geschrieben. Der Beitrag hat jetzt schon fast 100.000 Likes und den haben wahrscheinlich über 2 Millionen Menschen gesehen. Aber heißt das, dass Paluten jetzt eine Freundin hat? Ja, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich heißt das nicht nur, dass er eine Freundin hat, sogar noch mehr. Denn ein Ring heißt mindestens verlobt und kann auch verheiratet heißen. Der Ring auf dem Bild ist am Ringfinger, also wahrscheinlich auch kein Schmuck. Aber ist Paluten verlobt oder verheiratet? Das kommt darauf an, an welcher Hand der Ring ist. Und da der Ring auf dem Bild an der linken Hand ist, sind sie wahrscheinlich verlobt und noch nicht verheiratet. Außer sie haben die Hände vertauscht. Denkt ihr Paluten ist verheiratet? Abonniert und jetzt Tschüss.